G.M.Factory präsentiert Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen Gelesen von Gregor Schweitzer Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen erschienen im Fester Verlag Bosdorf bei Leipzig. Aus dem Amerikanischen von Heiko Langhans Der Leichengott Mordigian ist der Gott von Sulbasair, sagte der Schankwirt mit salbungsvollem Ernst. Er ist unser Gott schon seit jenen Jahren, welche längst aus dem Gedächtnis der Menschen In jene Schatten der Erinnerungen drückt sind, die tiefer sind als die unterirdischen Gewälbe seines schwarzen Tempels. Es gibt keinen anderen Gott in Sulbasair, und alle, die innerhalb der Mauern der Stadt sterben, sind Mordigian geweiht. Selbst die Könige und Edlen werden ihm Tode in die Hände seiner vermummten Priester gegeben. So ist es Gesetz und Brauch. Nicht mehr lange, und die Priester werden kommen, um deine Braut zu holen. Aber Elaith ist nicht tot, widersprach der junge Phariom nun schon zum dritten oder vierten Male in bejammernswerter Verzweiflung. Ihr Gebrechen zeigt sich in der lügnerischen Verkleidung des Todes. Zweimal hat sie schon besinnungslos gelegen, ihre Wangen durch Blässe entfärbt, und ihr Blut ward so reglos, dass es von dem Gruftbefohlenen kaum unterschieden werden konnte, und zweimal ist sie nach einer Zeitspanne von einigen Tagen wieder erwacht. In behäbigem Unglauben starrte der Schankwirt das Mädchen an, das weiß und regungslos wie eine abgeschnittene Lilie auf dem Bett in der spärlich ausgestatteten Dachkammer lag. »In diesem Fall hättest du sie nicht nach Sulbasair bringen sollen«, entgegnete er in einem Ton, aus dem Eulen gleiche Scharfzüngigkeit sprach. »Der Arzt hat sie für tot erklärt, und die Nachricht ihres Todes wurde den Priestern übermittelt. Sie muss zum Tempel des Mordigian gebracht werden. Aber wir sind Ausländer und Gäste nur für eine Nacht. Wir sind aus dem Land Xylak hoch im Norden gekommen, und heute Morgen hätten wir durch Tazun nach Varad weiterreisen sollen, der Hauptstadt von Joros, die nahe am Südmeer liegt. Gewisslich kann euer Gott keinen Anspruch auf Elaith erheben, selbst wenn sie wirklich gestorben wäre. »Alle, die in Sulbasair sterben, sind Mordigian zugehörig«, beharrte der Schankwirt. »Ausländer sind davon nicht freigestellt. Ewiggehend der dunkle Rachen seines Tempels, und in all den Jahren ist kein Mann, kein Kind, keine Frau diesem Gähnen entwichen. In angemessener Zeit muss alles sterbliche Fleisch dem Gott als Nahrung dienen.« Bei dieser öligen und unheilvollen Verkündung erschauerte Fariom. »Wohl habe ich von Mordigian gleich einer Sagerauen hören, die Reisende in Xylak berichten«, räumte er ein. »Doch hatte ich den Namen der Stadt vergessen, und Elaith und ich betraten Sulbasair in Unwissenheit. Selbst wenn ich mich erinnert hätte, so hätte ich doch jenen schrecklichen Brauch bezweifelt, von dem du mir berichtest. Welche Art Gottheit tut es der Hyäne und dem Geier gleich? Sicher ist das kein Gott, sondern ein Ghul. »Nimm dich in Acht, auf dass du keine Gotteslästerlichkeit sprichst«, ermahnte ihn der Schankwirt. »Uralt ist Mordigian und allmächtig wie der Tod selbst. Schon in Erdteilen der Vorzeit hat man ihn verehrt, bevor Sothik sich aus dem Meer erhob. Durch seine Gnade werden wir vor der Fäulnis und dem Wurm bewahrt. So wie die Menschen andernorts ihre Toten den verzehrenden Flammen übergeben, so übergeben wir in Sulbasair die Unsrigen dem Gott. Gar furchtbar ist das Heiligtum, ein Ort des Schreckens und des Schattens, an den kein Mensch je seinen Fuß gesetzt, wohin seine Priester die Toten bringen und sie auf einem gewaltigen Steintisch auslegen, auf das sie seine Ankunft aus dem Abgrund erwarten, in welchem er hauset. »Außer den Priestern hat ihn kein Lebender je erschaut, und die Antlitze der Priester sind hinter silbernen Masken verborgen, und selbst ihre Hände sind verhüllt, auf das die Menschen jene nicht anblicken, die Mordigian erblickt haben.« »Aber in Sulbasair gibt es doch einen König, nicht wahr? Ich werde ihn gegen diese heimtückische und grauenhafte Ungerechtigkeit um Gnade anflehen. Gewisslich wird er mich erhören.« »Fengor ist der König, doch könnte er dir nicht beistehen, selbst wenn es sein Wunsch wäre. Dein Gnadengesuch würde nicht einmal angehört werden. Mordigian steht über allen Königen, und sein Gesetz ist geheiligt. Obacht, die Priester nahen schon!« Fariom, krank schon im Gemüt unter dem Todesgrauen und dem grausamen Verhängnis, das seinem mädchengleichen Weib in dieser unbekannten Albtraumstadt dreute, vernahm auf der Treppe, die zum Dachboden der Schenke führte, ein böses schleichendes Knarren. Mit unmenschlicher Schnelligkeit näherte sich das Geräusch, und vier seltsame Gestalten betraten den Raum. Sie waren in schwere Trauerroben gekleidet und truben große, silberne Masken, welche wie die Abbilder von Totenschädeln gefertigt waren. Ihr wahres Aussehen war unmöglich zu erahnen, denn wie der Wirt schon angedeutet hatte, hingen die purpuren Gewänder an ihnen in losen Falten herab und umwirbelten ihre Füße wie gelockerte Bandagen, und ihre Hände wurden durch die Handschuhe verborgen, die den einzelnen Fingern keinen Raum gewährten. Etwas Grauenvolles haftete den Gestalten an, zu dem die makabren Masken nicht einmal den größten Teil beitrugen. Ein Grauen, das eher in ihrer unnatürlich gebückten Haltung und der tierhaften Behändigkeit lag, mit der sie sich ungehindert von ihren eigentlich hemmenden Gewandungen bewegten. Sie trugen eine eigenartige Bahre mit sich, die aus geflochtenen Lederstreifen angefertigt war, gespannt über gewaltige Knochen, die als Rahmen und Griffe dienten. Schmierig und geschwärzt war das Leder, als wenn lange Jahre der Totenauflage es solcher Art eingefärbt. Ohne ein Wort an Fariom oder den Schankwirt zu richten, ohne innezuhalten oder zu grüßen, strebten sie dem Bette zu, auf dem Elais lag. Ihr überaus ehrfurchtgebietendes Auftreten beeindruckte Fariom nicht, auch war er zur Gänze außer sich vor Trauer und Zorn, und also zog Fariom ein kurzes Messer aus seinem Gürtel, welches seine einzige Waffe war. Ohne auf den mahnenden Aufschrei des Wirtes zu achten, stürzte er sich auf die vermummten Gestalten. Schnell und kraftvoll war er, und zudem gekleidet in leichte, eng anliegende Gewandung, was ihm, so schien es, einen kurzfristigen Vorteil verschaffte. Die Priester hatten sich von ihm abgewandt, doch als hätten sie seine Handlung vorhergesehen, wirbelten zwei von ihnen mit tigerhafter Geschwindigkeit herum und ließen dabei die knöchernen Griffe fahren. Der eine schlug dem Fariom das Messer aus der Hand mit einer Bewegung, der das Auge wegen ihres schlangengleichen Zuckens kaum zu folgen vermochte. Dann griffen ihn beide an, schlugen Fariom mit schrecklichen Streichen ihrer verhüllten Arme zurück und schleuderten ihn quer durch das Zimmer in eine leere Ecke. Minutenlang lag er besinnungslos, denn der Sturz hatte ihn betäubt. Als er sich wieder erholte und die Augen aufschlug, die ihm nur ein verschwommenes Bild gewährten, nahm er das Antlitz des dicken Wirtes wahr, das wie ein teigfarbener Mond über ihm schwebte. Der Gedanke an Elaith durchzuckte Fariom scharfer als ein Dolchstoß und brachte ihn wieder in schmerzliches Bewusstsein zurück. Mit angstvollen Blicken durchmaß er den düsteren Raum und sah, dass die vermummten Priester verschwunden waren, dass das Bett leer war. Er hörte das Dunkle scheinbar aus einer Gruft kommende Krächzen des Wirtes. »Gnädig sind die Priester des Mordigians. Sie sehen den Frischverlassenen ihre Raserei und ihre Verstörung nach. Es ist ein Glück, dass sie barmherzig sind und rücksichtsvoll angesichts menschlicher Schwäche.« Fariom sprang auf, als ob sein zerschrammter und schmerzender Leib von plötzlichen Flammen versenkt würde. Hastig eilte er zur Tür und hielt nur kurz inne, um sein Messer aufzuheben, das immer noch in der Mitte des Zimmers lag. Die Hand des Gastwirts packte ihn mit schmierigem Griff an der Schulter und hielt ihn auf. »Nimm dich in Acht, auf dass du nicht die Grenzen von Mordigians Gnade überschreitest. Es bringt Unheil, seinen Priestern zu folgen, und es ist schlimmer noch, in die todbringende und heilige Düsternis seines Tempels vorzudringen.« Fariom hörte die Warnung kaum. Er riss sich aus den stinkenden Fingern los und wandte sich zur Tür, doch wieder ergriff ihn die Hand. »Zahle mir, bevor du gehst, wenigstens das Geld, das du mir für Kost und Bleibe schuldest,« verlangte der Schankwirt. »Da wäre auch noch die Angelegenheit den Lohn des Arztes betreffend, welcher ich für dich besorgen kann, sofern du mir die angemessene Summe anvertraust.« Fariom zog den Beutel hervor, der seine gesamten irdischen Reichtümer enthielt, und füllte die ihm gierig entgegengehaltene Handfläche mit Münzen, die nachzuzählen er sich nicht die Mühe machte. Ohne ein Abschiedswort oder einen Blick zurück, eilte er die schimmligen und verrotteten Stufen des wurmstichigen Gasthauses hinab, als ob ein Inkubus ihn anstachelte, und trat hinaus in die düsteren, gewundenen Straßen von Sulbar-Zahir. Vielleicht unterschied sich die Stadt kaum von anderen Städten, nur dass sie älter und finsterer war. Doch Fariom kamen in seinem unendlichen Jammer die Wege, denen erfolgte wie unterirdische Korridore vor, die alle nur einem verborgenen und ungeheuerlichen Leichenhaus zustrebten. Die Sonne hatte sich hoch über die zu den Straßen geneigten Häuser erhoben, doch ihm schien es, als gäbe es kein Licht, sondern nur einen verlorenen und trostlosen Schimmer, wie er in Totengrüfte fallen mag. Es mochte auch sein, dass die Menschen anderen Menschen ganz ähnlich waren, doch er sah in ihnen etwas Unheilvolles, als ob sie Gule seien und Dämonen, die in einer Totenstadt ihren abscheulichen Besorgungen nachgingen. In seiner Verstörtheit rief er sich mit Bitternis den vergangenen Abend ins Gedächtnis zurück, als er mit Elaith in der Dämmerung nach Sulbar-Zahir gekommen war. Das Mädchen hatte auf dem einen Dromedar gesessen, das ihre Reise durch die Nordwüste überlebt hatte, und er war müde, doch zufrieden an ihrer Seite geschritten. Als der rosige Purpur des Sonnenuntergangs auf seinen Mauern und Kuppeldächern lag und der goldene Schein der erleuchteten Fenster deutlicher wurde, war ihnen dieser Ort wie eine namenlose Stadt der Träume vorgekommen, und sie hatten den Plan gefasst, sich hier ein oder zwei Tage lang auszuruhen, bevor sie die beschwerliche Reise nach Farad in Joros wieder aufnehmen wollten. Diese Reise war aus reiner Notwendigkeit unternommen worden. Phariom, ein verarmter Jüngling von edlem Blut, war wegen der politischen und religiösen Ansichten seiner Familie, die nicht denen des regierenden Herrschers Kaleppus entsprachen, in die Verbannung geschickt worden. Phariom hatte sich mit seiner frisch angetrauten Gemahlin auf den Weg nach Joros gemacht. Dort hatten sich gewisse verbündete Nebenlinien seiner Familie bereits eingerichtet, die ihn brüderlich willkommen heißen würden. Das Paar hatte sich einer großen Handelskarawane angeschlossen, die zum südlichen Tarsun unterwegs war. Hinter der Grenze von Xylak, im roten Sand der zelotischen Einöde, war die Karawane von Räubern überfallen worden, die viele Mitreisende erschlagen und den Rest in alle Winde zerstreut hatten. Phariom und seine Braut waren auf ihren Dromedaren entflohen, hatten sich danach verlassen und verirrt in der Wüste wiedergefunden, und als sie die Straße nach Tarsun nicht mehr fanden, unbeabsichtigt einen anderen Weg eingeschlagen, der sie nach Sulbasair führte, eine befestigte Metropole im südwestlichen Randgebiet der Ödnis, die in ihrem Reiseplan gar nicht vorgesehen gewesen war. In Sulbasair hatte das Paar aus Gründen der Sparsamkeit Quartier in einer der bescheideneren Gegenden gelegenen Taverne genommen. Hier wurde Elais des Nachts vom dritten Anfall jenes ihr innewohnenden kataleptischen Leidens überwältigt. Die früheren Krämpfe, die sich vor ihrer Hochzeit mit Phariom ereignet hatten, waren von den Leibärzten Xylaks getreulich erkannt und durch kenntnisreiche Behandlung gemildert worden. Man hatte die Hoffnung gehegt, dass sich die Anfälle nicht wiederholen würden. Zweifellos war dieser dritte Anfall von den Anstrengungen und Mühen der Reise hervorgerufen worden. Phariom war sicher gewesen, dass Elais sich wieder erholen würde, doch ein Arzt aus Sulbasair, der übereilt vom Schankwirt herbeigerufen worden war, hatte darauf bestanden, dass sie tatsächlich tot sei und dies im Einklang mit dem absonderlichen Gesetz der Stadt sogleich den Priestern des Mordigian vermeldet. Die heftigen Proteste ihres Gatten waren gänzlich missachtet worden. Dem Paar haftete anscheinend ein teuflisches Verhängnis an, so wie die Umstände sich entwickelt hatten. Dies Verhängnis führte nun dazu, dass Elais, wenn gleichlebend, doch behaftet mit jener Grabesblässe, mit der ihr Leiden einherging, nun in die Hände der Anhänger des Totengottes fiel. Phariom brütete über dieses Verhängnis nahezu bis zum Wahnsinn, derweil er in wütender, beinahe zielloser Hast die unaufhörlich gekrümmten und menschenvollen Straßen durcheilte. Der freudlosen Kunde, die ihm der Gastwirt überbracht hatte, fügte er im Gehen immer weitere der fast vergessenen Legenden hinzu, die er in Xylak vernommen hatte. Wahrlich stand Sulbasair in üblem, zweifelhaften Ruf, und erstaunte, dass er dies vergessen hatte, und verfluchte sich mit den schwärzesten Verwünschungen ob dieser zeitweiligen, jedoch tödlichen Vergesslichkeit. Besser wäre es gewesen, wenn er und Elais in der Wüste verschmachtet wären, als die nach Brauch und Sitte Sulbasairs stets offenen Stadttore zu durchschreiten, welche klaffend auf ihre Beute zu lauern schienen. Die Stadt war ein Handelsmarkt, der von auswärtigen Reisenden zwar aufgesucht, jedoch nur ungern zum längeren Verweilen erwählt wurde. Der Grund war der abstoßende Kult des Mordigian, des unsichtbaren Totenfressers, der angeblich seine Nahrung mit seinen vermummten Priestern teilte. Man sagte, dass die Leichen tagelang im dunklen Tempel lagen und nicht verspeist wurden, ehe die Verwesung eingesetzt hatte, und die Menschen raunten einander schlimmere Gerüchte zu als jene um die Nekrophagie. Man sprach von lästerlichen Riten, die in den gulverseuchten Gewölben gefeiert wurden, und von namenlosen Anwendungen, denen die Toten unterworfen wurden, bevor Mordigian sie beanspruchte. In allen anderen Orten war das Geschick jener, die in Sulbasair starben, ein grausiges Sprichwort und eine üble Verwünschung. Doch für die Menschen jener Stadt, die im Glauben an jenen gulischen Gott erzogen wurden, war dies lediglich die übliche und erwartete Art der Beseitigung sterblicher Überreste. Grüfte, Gräber, Katakomben, Scheiterhaufen und andere Lästigkeiten dieser Art waren durch diese ausgesprochen praktische Gottheit nicht vonnöten. Fariom stellte überrascht fest, dass die Menschen in der Stadt den ganz gewöhnlichen Alltagsgeschäften nachgingen. Träger schritten mit zusammengeschnürten Haushaltsgütern auf den Schultern vorbei. Kaufleute hockten in ihren Läden wie andere Kaufleute auch. Käufer und Verkäufer verhandelten lauthals auf den öffentlichen Basaren. In den Eingängen lachten und plauderten Frauen miteinander. Nur durch ihre unförmigen Roben in Rot, Schwarz und Violett und ihren sonderbaren groben Akzent vermochte er die Menschen von Sulbasair von jenen anderen zu unterscheiden, die Ausländer waren wie er selbst. Der dumpfe Alpdruck hob sich von seinen Wahrnehmungen, und als er weiterging, trug der Anblick der gewöhnlichen Menschen um ihn dazu bei, seine wilde Verstörtheit und Verzweiflung etwas abklingen zu lassen. Zwar konnte nicht das Grauen seines Verlustes und das abscheuliche Geschick lindern, das Elaith dreute. Doch nun begann er mit kalter Logik, die aus der grausamen Erfordernis geboren ward, über das offenbar hoffnungslose Unterfangen nachzudenken, sie aus dem Tempel des Gulgottes zu befreien. Er setzte eine gefasste Miene auf und verlangsamte sein fiebriges Hasten zu einem müßigen Spazierschritt, auf das niemand jene dringlichsten Überlegungen erahnte, die ihn im Inneren schüttelten. Er schützte Interesse an den Waren eines Herren-Ausstatters vor, zog den Händler in ein Gespräch über Sulbasair und seine Sitten und Gebräuche und stellte die nämlichen Fragen, die ein Reisender aus fernen Ländern wohl stellen mochte. Der Händler zeigte sich gesprächig, und bald erfuhr Fariom von ihm, wo der Tempel des Mordigian gelegen war, in der Mitte der Stadt. Auch erfuhr er, dass der Tempel zu jeder Zeit offen stand und dass es den Menschen freistehe, sein Gelände nach Belieben zu betreten und zu verlassen. Allerdings gab es keine Rituale der Verehrung, bis auf gewisse private Riten, die von der Priesterschaft abgehalten wurden. Nur wenige mochten das Heiligtum betreten, denn es herrschte der Aberglaube, dass ein jeder lebende Mensch, der in seine Düsternis vordrang, binnen Kurzem zurückkehren würde, um dem Gott als Nahrung zu dienen. Es schien, dass Mordigian in den Augen der Bewohner von Sulbasair eine wohltätige Gottheit war. Sonderbarerweise wurden ihm keinerlei bestimmte persönliche Attribute zugeschrieben, er war sozusagen eine unpersönliche Macht, die den Elementen glich, eine verzehrende und reinigende Kraft wie das Feuer. Seine Hierophanten waren in gleichem Maße geheimnisvoll. Sie wohnten im Tempel und verließen ihn nur im Rahmen ihrer totensorgerischen Pflichten. Niemand wusste, woher sie stammten, doch viele hegten den Glauben, dass sie männlichen und weiblichen Geschlechts seien und sich ihre Zahl ohne äußeren Kontakt von Generation zu Generation erneuerte. Andere glaubten, dass es überhaupt keine Menschen seien, sondern dass es sich um einen Orden unterirdischer Erdwesen handelte, welche ewig lebten und sich wie der Gott von Leichen ernährten. Aus diesem Glauben war in den letzten Jahren eine gewisse ketzerische Richtung entstanden, da einige behaupteten, dass Mordigian eine bloße Symbolgestalt sei und also die Priester die alleinigen Verzehrer der Toten. Als der Händler diese Ketzerei zitierte, wies er sie hastig und in frömmelnder Verdammung weit von sich. Fariom schwatzte noch eine Weile mit ihm über andere Themen, setzte dann seinen Weg durch die Stadt fort und strebte dabei dem Tempel so geradewegs zu, wie es ihm die schief verlaufenden Gassen eben gestatteten. Er hatte noch keinen bewussten Plan ausgearbeitet, sondern wollte die Umgebung auskundschaften. Von all dem, was der Kleiderhändler ihm erzählt hatte, bestand die eine ermunternde Einzelheit in der Offenheit des Heiligtums und seiner Zugänglichkeit für alle, die den Eintritt wagten. Dass es so wenige Besucher gab, würde Fariom allerdings auffällig machen und vor allem wünschte er Aufmerksamkeit zu vermeiden. Andererseits war jeder Versuch, Leichen aus dem Tempel zu schaffen, eine ganz unerhörte Sache, eine Frechheit, von der die Menschen von Sul-Basair nicht einmal träumten. Durch die schiere Kühnheit seines Unterfangens mochte er dem Argwohn wohl entgehen und es fertigbringen, Elaith zu befreien. Die Straßen, denen er folgte, neigten sich nun abwärts und wurden schmaler, düsterer und beschwerlicher als alle, die er zuvor überquert hatte. Eine Zeit lang glaubte er schon, dass er sich verirrt habe, und schon wollte er sich bei Passanten nach dem Weg erkundigen, als vier Priester des Mordigian mit einer jener Tragbaren aus Knochen und Leder aus einer uralten Gasse vor ihm heraustraten. Auf der Bahre lag der Leichnam eines Mädchens, und einen Augenblick lang im Griff einer gewaltigen Erschütterung und Erregung, die ihn erzittern ließ, glaubte Fariom, dass dieses Mädchen Elaith sei. Als er erneut hinsah, erkannte er seinen Irrtum. Das Mädchen trug ein Gewand, das zwar von einfachem Schnitt war, jedoch aus irgendeinem seltenen exotischen Stoff bestand. Ihre Züge wirkten zwar ebenso bleich wie die von Elaith, aber sie wurden von Locken umkränzt wie die Blüten des schweren schwarzen Mohns. Ihre Schönheit, glutvoll und üppig selbst noch im Tode, unterschied sich von der blonden Reinheit seiner Elaith, wie tropische Lilien von Narzissen verschieden sind. Fariom folgte den düster verhüllten Gestalten und ihrer lieblichen Last in aller Stille und in Wahrung eines geziemenden Abstandes. Er sah, dass die Menschen der Trage ehrfurchtsvoll, bereitwillig und rasch den Weg freimachten, und die lauten Stimmen der Marktschreier und Feilscher senkten sich, als die Priester vorüberschritten. Als er eine geraunte Unterhaltung zwischen zweier Stadtbewohner belauschte, erfuhr er, dass es sich bei dem toten Mädchen um Arctilla handelte, die Tochter des Quaios, eines hochgestellten Edlen und Magistrates von Sulba Sair. Sie war auf sehr plötzliche und geheimnisvolle Weise gestorben. Die Ursache ihres Todes, der ihre Schönheit nicht im Geringsten entstellt oder verheert hatte, blieb den Leibärzten unbekannt. Einige behaupteten, dass anstelle einer Krankheit ein unaufspürbares Gift ihren Tod herbeigeführt habe, und andere wiederum erklärten sie zum Opfer finsterer Zauberei. Vorwärts schritten die Priester, und Fariom behielt sie so gut im Auge, wie er es in diesem unüberschaubaren Straßengewirr eben vermochte. Der Weg neigte sich noch weiter, ohne dass die tiefer gelegenen Ebenen zu erkennen gewesen wären, und die Häuser schienen sich dichter zusammenzudrängen, als wichen sie vor einem Abgrund zurück. Schließlich trat der Jüngling nach seinen makabren Fremdenführern auf eine Art kreisförmige Mulde im Herzen der Stadt, auf welcher der Tempel des Mordigian allein und abgeschieden aus schwermütigem Onyx-Pflaster emporragte, umstanden von grabumhauchten Zedern, deren Grün sich schwarz verfärbt hatte, als ob tote Zeitalter ihren nicht weichenden Leichenschatten auf sie geworfen hätten. Das Bauwerk war aus einem seltsamen Gestein errichtet worden, das die schwärzlich-purpurne Verfärbung des fleischlichen Verfalls aufwies, einem Stein, der sich dem feurigen Glanz des Mittags und der Verheißung eines prachtvollen Sonnenaufgangs oder Untergangs widersetzte. Das Gebäude war niedrig und fensterlos und wies die Form eines ungeheuerlichen Mausoleums auf. Im Dämmerlicht, das durch die Zedern hindurch schien, gähnten seine Portale wie offene Gräber. Varium beobachtete die Priester, wie sie durch die Portale verschwanden und das Mädchen Arctila hineintrugen, wie Phantome, die eine schattenhafte Last mit sich führen. Verlassen lag nun der breite Pflasterstreifen zwischen den zurückweichenden Häusern und dem Tempel, doch wagte Varium nicht, ihn im Gleißen des verräterischen Tageslichts zu überqueren. Er umwanderte den Bereich und sah, dass noch mehrere weitere Eingänge zum großen Heiligtum führten, die sämtlich offen standen und unbewacht waren. Nichts schien sich an jenem Ort zu regen, doch erschauerte er bei dem Gedanken an das, was sich innerhalb der Mauern verbarg. Auch der Marmor der Gruft verbirgt das Festmahl der Würmer. Gleich dem Hervorwürgen von Leichenteilen stiegen die Abscheulichkeiten, von denen er gehört hatte, im Sonnenlicht vor ihm auf, und erneut kam er dem Wahnsinn nahe, da er doch wusste, dass Elaith unter den Toten im Tempel lag und die Schatten unvorstellbarer Wesen auf ihr ruhen mussten und dass er, den die unablässige Raserei zu verzehren drohte, auf das gnädig verhüllende Tuch nächtlicher Finsternis warten musste, ehe er seinen nebelhaften, ungewissen Rettungsplan ausführen konnte. In der Zwischenzeit erwachte sie vielleicht und ging an dem tödlichen Grauen ihrer Umgebung zugrunde, oder vielleicht ereignete sich sogar Schlimmeres, sofern die geraunten Geschichten der Wahrheit entsprachen. Abnontar, seines Zeichens Zauberer und Totenbeschwörer, beglückwünschte sich zu dem Handel, den er mit den Priestern des Mordigian geschlossen hatte. Er hatte das vielleicht nicht unberechtigte Gefühl, dass jemand, der weniger schlau war, als er selbst keineswegs die verschiedenen Verfahren hätte ersinnen und durchführen können, durch die Aktella, die Tochter des stolzen Quarios, seine willenlose Sklavin werden sollte. Kein anderer Liebhaber, so sagte er sich, hätte gewitzt genug sein können, um ein begehrtes Weib sich solcher Art eigen zu machen. Aktella, Verlobte des Alos, eines jungen Adligen aus der Stadt, war scheinbar für einen Zauberer unerreichbar. Allerdings war Abnontar kein gewöhnlicher Feld-, Wald- und Wiesenhexer, sondern ein langjähriger Adept in den schrecklichsten und tiefgründigsten Arkaner der schwarzen Künste. Er kannte die Zaubersprüche, die aus der Ferne rascher und sicherer töteten als Dolch oder Gift, und gleichermaßen kannte er die finstereren Zaubersprüche, durch welche die Toten erneut zum Leben erweckt werden können, selbst wenn sie schon Jahre oder gar ganze Zeitalter dem Verfall preisgegeben sind. Er hatte Aktella auf eine Weise getötet, die niemand zu entdecken vermochte, mittels einer seltenen und geheimen Zaubergabe, die keinerlei Spuren hinterließ. Und nun lag ihre Leiche inmitten der anderen Toten in Mordigians Tempel. Heute Nacht würde er sie mit der schweigenden Billigung der furchtbaren, vermummten Priester wieder zum Leben erwecken. Abnontar stammte nicht aus Sulbasair. Vielmehr war er vor vielen Jahren von der berüchtigten und halbsagenhaften Insel Sotha gekommen, die irgendwo östlich des Riesenkontinents Sothik lag. Wie ein gewandter junger Geier hatte er sich geradezu im Schatten des Leichenheiligtums eingerichtet. Dort erging es ihm wohl, und er nahm Schüler und Gehilfen bei sich auf. Schon seit langem pflegte er umfassende Geschäfte mit den Priestern, und der Handel, den er gerade abgeschlossen hatte, war bei weitem nicht der erste seiner Art. Sie hatten ihm den zeitweiligen Gebrauch der von Mordigian beanspruchten Leichen gestattet und ihm lediglich zur Bedingung gemacht, dass die Leichen während seiner nekromantischen Experimente nicht aus dem Tempel entfernt werden dürften. Da von ihrem Standpunkt aus dieses Vorrecht nicht ganz den Regeln entsprach, hatte er sie bestechen müssen, allerdings nicht mit Gold, sondern mit dem Versprechen, ihnen Dinge zu beschaffen, die weit unheimlicher und verderblicher waren als Gold. Für alle Beteiligten hatte sich die Absprache als zufriedenstellend erwiesen. Seit der Ankunft des Zauberers waren die Kadaver reichlicher als üblich dem Tempel zugeflossen. Dem Gott hatte es nicht an Nahrung ermangelt, und Abnuntar fehlte es nicht an Versuchsmaterial für seine grausigeren Bandsprüche. Alles in allem war Abnuntar mit sich nicht unzufrieden. Außerdem sann er darüber nach, dass er nebst seiner magischen Meisterschaft und seinem schlauen Einfallsreichtum auch noch in Bälde einen nahezu beispiellosen Mut an den Tag legen würde. Er hatte einen Raub geplant, der einem finsteren Sakrileg gleichkam, die Entfernung des belebten Leichnams der Akteller aus dem Tempel. Raubzüge solcher Art mochten sie nun belebte oder leblose Leichen betreffen, und die damit verbundene Bestrafung waren etwas, über das nur in Legenden spekuliert wurde. Denn in jüngster Zeit hatte es so etwas nicht gegeben. Dem Volksglauben zufolge war das Geschick jener, die sich daran versuchten und scheiterten, ein dreifach schreckliches. Der Nekromant verkannte die Risiken seines Unterfangens keinesfalls. Andererseits wurde er von ihnen weder eingeschüchtert, noch ließen sie ihn zaudern. Seine beiden Gehilfen Nargai und Vembazith, die um seine Absicht wussten, hatten in aller Stille die notwendigen Vorbereitungen für ihre Flucht aus Sul-Basair getroffen. Die heftige Leidenschaft, die der Hexer für Akteller entwickelt hatte, war vielleicht auch nicht sein einziger Beweggrund, dieser Stadt den Rücken zu kehren. Es verlangte ihn nach Veränderungen, denn allmählich war er der eigenartigen Gesetze, die seine nekromantischen Praktiken einerseits einengten, andererseits in gewisser Hinsicht auch begünstigten, doch etwas müde geworden. Er hatte Vorgehen, Süden zu reisen und sich in irgendeiner Stadt in Tarsun einzurichten, denn jenes Reich war für die Vielzahl und das Alter seiner Mumien berühmt. Die Zeit des Sonnenuntergangs war gekommen. Fünf Dromedare, denen ein schneller Lauf angezüchtet worden war, standen wartend im Innenhof von Abnontars Haus, einem hohen und verfallenen Gebäude, das sich zum Offenen, dem Tempel zugehörigen Rund zu neigen schien. Ein Dromedar sollte ein Bündel tragen, in dem die wertvollsten Bücher, Schriften und anderlei zauberische Gerätschaften des Hexers verschnürt waren. Die anderen Tiere sollten Abnontar und seine beiden Gehilfen tragen, so wie Arctila. Nargai und Vembazith erschienen vor ihrem Herrn und berichteten, dass alles bereit sei. Beide waren sie viel jünger als Abnontar, doch gleich ihm waren sie Fremde in Sulbasair. Sie entstammten dem dunkelhäutigen und schlitzäugigen Volk von Nath, einer Insel, die nicht weniger berüchtigt war als Sothar. Es ist gut, sagte der Nekromant, als sie nach ihrer Meldung mit gesenkten Blicken vor ihm standen. Wir müssen nur noch die günstige Stunde abwarten. Genau zwischen Sonnenuntergang und Mondaufgang, wenn die Priester sich in ihrem unterirdischen Adytum zur Male begeben, werden wir den Tempel aufsuchen und das tun, was getan werden muss, auf das Arctila auferstehe. Heute Nacht werden sie reichlich speisen, denn ich weiß, dass viele Tote auf dem großen Tisch in der oberen Sakristeische und der reifen Fäulnis anheimgefallen sind, und vielleicht wird auch Mordigian selbst speisen. Niemand wird uns bei unserem Treiben zusehen. Aber Meister, sagte Nargai und schauerte ein wenig unter seiner düsterroten Robe, Ist unser Vorhaben denn wirklich klug? Müsst ihr das Mädchen aus dem Tempel holen? Bislang seid ihr mit der kurzfristigen Leihgabe, welche die Priester gestatten, zufrieden gewesen und habt die Toten im verlangten Zustand der Unbelebtheit zurückgegeben. Wahrlich ist es recht, dem Gesetz des Gottes zuwider zu handeln. Man sagt, dass der Zorn des Mordigian zwar selten entfesselt wird, dann jedoch grauenhafter als der Zorn aller anderen Gottheiten ist. Aus diesem Grunde hat ihn in den letzten Jahren auch niemand zu betrügen gewagt oder den Versuch unternommen, eine Leiche aus seinem Heiligtum zu entfernen. Vor langer Zeit, so erzählt man, trug ein Hochgeborener der Stadt den Kadaver einer Frau von Dannen, die einst seine Geliebte gewesen war, und floh mit ihr in die Wüste. Doch die Priester verfolgten ihn, sie rannten schneller als Schakale, und das Schicksal, das sich seiner bemächtigte, ist etwas, von dem selbst die Sagen nur verhalten raunen. »Ich fürchte mich weder vor Mordigian noch vor seinen Kreaturen,« sprach Abnuntar mit einer Stimme, die nach ernsthaft vorgetragener Großsprecherei klang. »Meine Dromedare sind schneller als die Priester, selbst wenn man annimmt, dass die Priester gar keine Menschen sind, sondern Gule, wie einige behaupten, und es ist wenig wahrscheinlich, dass sie uns folgen werden. Nach ihrem heutigen Festmahl werden sie schlafen wie vollgefressene Geier. Ehe sie des Morgens erwachen, sind wir schon weit fort auf dem Weg nach Tarsuun.« »Der Meister hat recht,« fiel Vemba Zith ein. »Wir haben nichts zu befürchten.« »Aber man sagt, dass Mordigian nicht schläft,« beharrte Nargai, »und dass er auf ewig aller Dinge gewahr ist in seiner schwarzen Gruft unter dem Tempel.« »Davon habe ich ebenfalls gehört,« sagte Abnuntar in der trockenen Manier eines Gelehrten. »Doch ich sehe solche Ansichten als bloßen Aberglauben an. Sie bestätigen nichts von der wahren Beschaffenheit leichenfressender Wesenheiten. Bislang habe ich Mordigian weder schlafend noch wachend gesehen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist er bloß ein ganz gewöhnlicher Ghul. Von hier innen unterscheiden sie sich nur durch ihre ungeheure Gestalt und Größe und ihre Unsterblichkeit.« »Dennoch, ich sehe es als eine böse Sache an, wenn wir Mordigian betrügen,« murmelte Nargai verstohlen. Seine Worte wurden von den scharfen Ohren des Abnuntar vernommen. »Oh nein, es ist ja gar kein Betrug. Ich habe Mordigian und seiner Priesterschaft gut gedient, und reichlich habe ich ihnen ihren schwarzen Esstisch gedeckt. Außerdem werde ich in gewissem Sinne den Handel einhalten, den ich betreffs Arctella eingegangen bin, die Beschaffung eines neuen Kadavers für mein Vorrecht der Nekromantie. Morgen wird Alos, Arctellas Verlobter, an ihrer Stelle bei den Toten liegen. »Geht jetzt und lasst mich allein, denn ich muss den Zauberspruch ersinnen, der das Herz von Alos faulen lässt wie ein Wurm, der im Herzen der Frucht zu nagen beginnt.« Dem fiebrig verstörten Phariom erschien es, als ob der wolkenlose Tag mit der Langsamkeit eines leichenverstopften Flusses dahinkroch. Ohne seine Erregung bezähmen zu können, wanderte er ziellos über die wimmelnden Basare, bis die westlichen Türme von einem Himmel aus safranfarbenem Feuer sich verfinsterten und das Dämmerlicht wie ein graues, gerinnendes Meer zwischen den Häusern aufstieg. Er kehrte zur Herberge zurück, in der Elaith ihrer Krankheit anheimgefallen war und holte das Dromedar aus dem Stall des Gasthofes, in dem er es zurückgelassen hatte. Er ritt auf dem Tier durch finstere Seitengassen, die nur durch den verstohlenen Schimmer der Lampen oder durch die Spalten halb geschlossener Fenster erleuchtet wurden, und erreichte schließlich erneut das Zentrum der Stadt. Als er zu dem offenen Rund um Mordigians Tempel kam, hatte sich die Düsternis zur Dunkelheit verdichtet. Die dem Platz zugewandten Fenster der umstehenden Häuser waren verriegelt und so lichtlos wie tote Augen, und das Heiligtum selbst, das als finsterer Klotz aufragte, blieb unter den hervortretenden Sternen so unerleuchtet wie ein Mausoleum. Offenbar war niemand mehr unterwegs, und obgleich die Stille seinem Unterfangen nur dienlich sein konnte, erschauderte Fariom doch unter dem eisigen Empfinden der Bedrohlichkeit und der Verlassenheit. Auf dem Pflaster erzeugten die Hufe seines Kamels ein erschreckendes, übernatürlich lautes Klappern, und er dachte sich, dass die Ohren verborgener Gule, die wachsam hinter dem Schweigen lauschten, sie gewisslich gehört haben mussten. Doch regte sich nichts Lebendes in der grabesgleichen Finsternis. Er erreichte die Deckung einer Gruppe jener uralten Zedern, stieg ab und band das Dromedar an einem tiefhängenden Zweig fest. Er blieb als Schatten unter Schatten im Schutz der Bäume und näherte sich mit unendlicher Wachsamkeit dem Tempel, umkreiste ihn langsam und stellte fest, dass die vier Tore, die den vier Erdrichtungen entsprachen, alle weit offen standen und verlassen und gleichermaßen finster gähnten. Als er schließlich wieder beim Ostportal anlangte, vor dem er sein Kamel angebunden hatte, sammelte er seinen Mut und betrat das schwärzlich klaffende Portal. Als er die Schwelle überquerte, wurde er sogleich von toter, feuchter Finsternis umfangen, die mit dem schwachen Gestank der Verwesung und einem Geruch nach verbrannten Knochen- und Fleischresten unterlegt war. Er vermeinte, sich in einem riesigen Flur zu befinden, tastete sich an der Wand zu seiner Rechten voran und kam alsbald zu einer plötzlichen Kehre. Weit vor sich sah er einen bläulichen Schimmer, als ob der Gang in einem zentralen Additum enden würde. Vor dem Schimmer zeichneten sich die Umrisse gewaltiger Säulen ab, und als er näher schlich kreuzten mehrere dunkle, vermummte Gestalten sein Sichtfeld, deren Profile denen gewaltiger Totenschädel glichen. Zwei davon schleppten gemeinsam an der Last eines menschlichen Körpers auf ihren Armen. Dem Phariom, der im Schatten verhangenen Flur stehen blieb, erschien es, als ob nach ihrem Vorüberschreiten der schwache Fäulnisgeruch in der Luft einige Augenblicke lang stärker geworden war. Niemand folgte ihnen nach, und das Heiligtum nahm wieder seine grabesgleiche Stille an. Doch zweifelnd und zaudernd harrte der Jüngling viele Minuten lang aus, bevor er sich weiter wagte. Ein drückendes, tödliches Geheimnis legte sich erstickend auf die Luft, und schnürte ihm wie der ekle Dunst der Katakomben die Kehle zu. Sein Gehör schärfte sich bis ins Unerträgliche, und er vernahm ein leises Raunen, wie von tiefen und klebrig klingenden Stimmen, die bis zur Unkenntlichkeit gedämpft aus Grüften unter dem Tempel zu dringen schienen. Er schlich sich bis zur anderen Seite des Saales und spähte auf das, was offenbar das Hauptheiligtum darstellte, einen niedrigen Raum mit vielen Säulen. Seine gewaltige Ausdehnung wurde nur unzureichend offenbar im Lichte bläulicher Flammen, die in zahlreichen auf schlanken, stehlen platzierten, ohnengleichen Gefäßen loderten. Zaudernd verharrte Fariom auf der grausigen Schwelle, denn schwerer hing der Mischgeruch verbrannten und verwesenden Fleisches in der Luft, als ob er sich dessen Quell genähert, und der erstickte Gesang schien von einem finsteren Treppengang im Boden neben der Wand zu seiner linken hervorzudringen. Doch war allem Anschein nach der Raum leblos und verlassen, und außer den wabernden Schattenlichtern regte sich nichts. In der Mitte des Raumes erkannte der Staunende die Umrisse eines gewaltigen Tisches, der aus dem gleichen schwarzen Stein wie der Tempel selbst gehauen war. Auf dem Tisch lagen, erleuchtet von den Urnenflammen oder verdunkelt von den Schatten der dicken Säulen, viele Leiber Seite an Seite, und Fariom erkannte, dass er den schwarzen Altar des Mordigian entdeckt hatte, auf dem die Leichen jener lagen, die der Gott für sich beanspruchte. In seiner Brust rang eine heftige, lähmende Furcht mit noch stärkerer Hoffnung. Zitternd trat er an den Tisch heran, und der kaltfeuchte Schauer, welcher durch die Anwesenheit der Toten erzeugt wird, erfasste ihn. Fast zehn Meter maß der Tisch in der Länge, und hüfthoch erhob er sich auf einem Dutzend mächtiger Beine. Der Jüngling schritt die Leichenreihe ab und spähte angstvoll in die emporstarrenden Gesichter. Die Toten waren beiderlei Geschlechts, jeder Altersstufe und von unterschiedlichem Rang. Adlige und Handelsfürsten lagen neben zerlumpten Bettlern aus der Gosse. Einige waren frisch verstorben, und andere lagen wohl schon seit Tagen hier und wiesen die Zeichen der Verwesung auf. In der ordentlichen Reihe klafften Lücken auf, die darauf hindeuteten, dass einige Leichen entfernt worden waren. Voran schritt Phariom im Fallenlicht und suchte nach den geliebten Zügen seiner Elaith. Als er das Ende des Tisches beinahe erreicht hatte und die Angst in ihm erwachte, dass sie nicht mehr hier sei, da entdeckte er sie. Unverändert lag sie auf dem kalten Stein, und die Grabesblässe und Totenstarre ihrer seltsamen Krankheit lagen auf ihr. Überwältigende Dankbarkeit entstieg dem Herzen des Phariom, denn er war überzeugt gewesen, dass sie nicht gestorben und auch zu keiner Zeit inmitten der Schrecken des Tempels erwacht war. Wenn er sie nur aus der scheußlichen Umgebung von Sulbasair fortschaffen konnte, würde sie sich von ihrer todesähnlichen Krankheit wohl erholen. Beiläufig bemerkte er, dass neben Elaith noch eine Frau lag, und in ihr erkannte er die schöne Arktela, deren Totenträgern er fast bis zum Eingang des Heiligtums gefolgt war. Ohne ihr noch einen zweiten Blick zu widmen, bückte er sich, um Elaith empor zu heben. In diesem Augenblick vernahm er leises Raunen von jenem Eingang, durch den er die Sakristall betreten hatte. Er glaubte, dass einige Priester zurückgekehrt waren, ließ sich rasch auf Hände und Knie nieder und kroch unter den mächtigen Tisch, der das einzige verfügbare Versteck war. Er zog sich in den Schatten außerhalb des Lichtes der aufragenden Urnen zurück und spähte erwartend zwischen den säulendicken Tischbeinen hervor. Die Stimmen wurden lauter, und er sah die sandalentragenden Füße und kurzen Roben dreier Personen, die an den Totentisch traten und an der gleichen Stelle stehen blieben, an der er selbst vor kurzem gestanden hatte. Er vermochte nicht einmal zu erraten, wer sie sein konnten, aber ihre hell- und dunkelroten Kleider entsprachen nicht den Verhüllungen der Priester Mordigians. Er wusste nicht, ob sie ihn erblickt hatten, und also zog der unter dem niedrigen Tisch Kauernde sein Messer aus der Scheide. Nun vermochte er drei Stimmen zu unterscheiden. Eine klang ernst und salbungsvoll, erhaben, eine irgendwie kehlig, knurrend, und die dritte schließlich schrill und quäkend. Die Akzente waren ihm fremd, wiewohl sie sich von dem der Menschen in Sulbasayir unterschieden, und oft erkannte Fariom einzelne Worte nicht. Auch war ein Teil der leisen Unterhaltung fast unhörbar. »Hier, am Ende«, sagte die ernste Stimme. »Rasch, wir haben keine Zeit zu vertrödeln.« »Ja, Meister«, erklang die knurrende Stimme. »Doch wer ist die andere dort?« »Wahrlich, ihr Liebreiz ist groß.« Dann schien eine gedämpfte Diskussion einzusetzen. Offenbar erstrebte der Besitzer der kehligen Stimme etwas, dem sich die anderen widersetzten. Der Lauscher konnte nur hier und da ein oder zwei Worte erhaschen, aber so viel erkannte er, dass nämlich der erste Mann Vembazith hieß und dass der Mann mit der schrillen Quäkstimme Nargai genannt wurde. Schließlich übertönten die ernsten Worte des Mannes, den sie nur als Meister ansprachen, die Stimmen der anderen. »Ich billige es wirklich nicht. Unsere Abreise wird dadurch verzögert, und die beiden müssen auf einem Dromedar reiten. Doch nimm sie, Vembazith, falls du die notwendigen Bandsprüche ohne Hilfe zu Wege bringst. Für eine zweifache Beschwörung fehlt mir die Zeit. Das wird deine Fähigkeiten gar trefflich auf die Probe stellen.« Von Vembazith erklang ein Murmeln des Dankes oder der Bestätigung. Dann wieder die Stimme des Meisters. »Steel jetzt und eilt euch!« Fariom fragte sich gerade noch unbehaglich, was diese Unterhaltung zu bedeuten hatte. Da schien es ihm, als ob zwei der drei Männer näher an den Tisch traten und sich über die Toten beugten. Er hörte, wie Stoff über Stein raschelte, und gleich darauf sah er, dass die drei sich zwischen den Säulen und Stehlen entfernten, jedoch entgegengesetzt der Richtung, aus der sie die Sakristei betreten hatten. Zwei Männer trugen Lasten, die schwach und undeutlich in den Schatten schimmerten. Schwarzes Grauen umfasste das Herz des Fariom, denn nur zu deutlich erriet er die Beschaffenheit dieser Lasten und wer eine davon sein mochte. Rasch kroch er aus seinem Versteck und sah, dass Elaith und das Mädchen Aktela nicht mehr auf der schwarzen Tafel lagen. Er sah, wie in der Düsternis der Westwand der Kammer schattenhafte Gestalten verschwanden. Ob es sich bei den Entführern um Leichenfresser oder Schlimmeres handelte, konnte er nicht wissen, doch geschwind folgte er ihnen und ließ in seiner Sorge um Elaith alle Vorsicht fahren. In der Mauer entdeckte er einen Flureingang und stürzte sich hinein. Im Dunkel vor sich sah er einen rötlichen Lichtschimmer. Dann hörte er plötzlich ein metallisches Scharren und der Schimmer verinkte sich zu einem schlitzschmalen Leuchten, als ob die Tür zu dem Raum, dem er entsprang, geschlossen würde. Er tastete sich an der Wand entlang und erreichte den blutroten Lichtschlitz. Eine fleckige Bronzetür war nicht ganz geschlossen worden und Fariom erblickte eine seltsame, unheilige Szene, erleuchtet von blutroten Flammen, die aus hohen Urnen auf schwarzen Podesten flackernd emporstiegen. Das Zimmer war in sinnlicher Üppigkeit ausgestattet, die einen sonderbaren Gegensatz zum stumpfen Grabstein dieses Tempels des Todes bildete. Lager und Teppiche aus prachtvoll gewirkten, mohnroten, goldenen, azurnen und silbernen Stoffen waren ausgebreitet. In den Ecken standen edelsteinbesetzte Räuchergefäße aus unbekannten Metallen. Auf einem niedrigen Tisch im Hintergrund standen in Wirrem durcheinander sonderbare Flaschen und geheimnisvolle Gegenstände, wie sie in der Heilkunst oder auch Hexerei verwendet wurden. Auf einem Teppich lag Elaith, und neben ihr war auf einem weiteren Teppich die Leiche des Mädchens Aktella abgelegt worden. Die Entführer, deren Gesichter Phariom nun erstmalig gewahr wurde, waren in sonderlichen Vorbereitungen begriffen, die ihm das größte Rätsel waren. Sein Drang, in den Raum vorzustürzen, wurde von einem Staunen gehemmt, das ihn reglos in seinem Bann hielt. Einer der drei, ein hochgewachsener Mann in den mittleren Jahren, den er als den Meister erkannte, hatte gewisse sonderliche Gefäße zusammengesucht, darunter eine kleine Pfanne und einen Weihrauchbrenner und sie neben Aktella auf den Boden gestellt. Der zweite Mann, jünger und mit lüstern verengten Augen, hatte ähnliche Gerätschaften vor Elaith aufgebaut. Der dritte Mann, der ebenfalls jünger war und dessen Miene von gleicher Bosheit zeugte, stand daneben und sah ihnen angespannt und voller Unbehagen zu. Phariom wurde klar, dass diese Männer Zauberer waren, als sie mit der Gewandtheit, die langjähriger Übung entspringt, die Räuchergefäße und Pfännchen entzündeten und gleichzeitig rhythmische Worte in einer fremden Sprache zu intonieren begannen und dabei in regelmäßigen Abständen schwarzes Öl hinabtropfen ließen, das zischend auf die Kohlen in den Pfannen fiel und gewaltige perlgraue Rauchwolken aufsteigen ließ. Dunkle Dampfschwaden wandten sich aus den Räuchergefäßen in die Höhe und durchzogen wie Adern die undeutlichen verformten Gestalten der geisterhaften Riesen, die vom helleren Rauch gebildet wurden. Der Gestank unerträglich beißender Salben erfüllte die Kammer, verwirrte und überwältigte die Sinne des Phariom, bis der Anblick, der sich ihm bot, flimmerte und etwas traumgleich Hohles annahm, etwas betäubend Verzerrtes. Wie in einem teuflischen Sprechgesang hoben und senkten sich die Stimmen der Totenbeschwörer. Streng und unerbittlich schienen sie den Vollzug verbotener Lästerlichkeiten zu fordern. Wie dicht gedrängte Spukgestalten, die sich in boshafter Lebendigkeit wandten und wirbelten, erhoben sich die Dämpfe über die Lagerstätten, auf denen die tote Arkteller und das Mädchen lagen, das nur den äußeren Anschein des Todes aufwies. Als dann die Dünste grausig-wallend auseinanderstrebten, sah Phariom, dass die bleiche Gestalt seiner Elaith sich wie eine erwachende Schläferin geregt, dass sie die Augen aufgeschlagen hatte und mit schwacher Bewegung eine Hand vom prachtvollen Lager erhob. Der jüngere Nekromant brach seine Beschwörungen mitten in einer Sangeskadenz ab, doch die tiefe Stimme des anderen ertönte immer noch und immer noch lag auf den Gliedern und Sinnen des Phariom ein Bann, der ihm jedwede Regung vereitelte. Träge verdünnten sich die Dämpfe wie eine Horde fliehender Schreckgespenster. Der Beobachter sah, dass die tote Maid Arkteller sich einer Schlafwandlerin gleich erhob. Der Sprechgesang des vor ihr stehenden Abnon-Tar wurde dröhnend vollendet. In der schrecklichen Stille, die darauf folgte, vernahm Phariom den schwachen Aufschrei seiner Elaith und dann die jubelnde, knurrende Stimme des Vembazith, der sich über sie beugte. »Seht nur, Abnon-Tar! Meine Bannsprüche wirken rascher als die euren, denn die von mir Erwählte ist noch vor Arkteller erwacht.« Als ob sich ein bösartiger Zauberbann von ihm hob, wurde Phariom aus seiner ohnmächtigen Reglosigkeit befreit. Er riss die schwere, finstere Bronzetür auf, dass ihre Scharniere protestierend knarrten und stürzte mit gezücktem Dolch in das Zimmer. Elaith riss die Augen in jammervoller Verwirrung auf, wandte sich ihm zu und suchte vergebens, sich von dem Lager zu erheben. Aktella stand stumm und unterwürfig vor Abnon-Tar und schien in allem dem Willen des Totenbeschwörers zu gehorchen. Sie glich einem schönen, seelenlosen Automaten. Die Zauberer wandten sich ebenfalls um, als Phariom hereinstürzte, wichen Gewand vor seinem Ansturm zurück und zogen die kurzen, grausamen Krummschwerter, mit denen sie bewaffnet waren. Nargai schlug Phariom mit einem blitzschnellen Hieb das Messer, dessen dünne Klinge am Heft zerbarst aus der Hand, und wenn Batsith, der schon zu einem furchtbaren Streich ausholte, hätte den Jüngling an Ort und Stelle niedergestreckt, wenn nicht Abnon-Tar eingeschritten wäre und ihm Einhalt geboten hätte. Wütend jedoch machtlos stand Phariom vor den erhobenen Schwertern. Er bemerkte den Blick der finster forschenden Augen des Abnon-Tar, der ihn einem räuberischen Nachtvogel gleich musterte. Ich will wissen, was dein Eindringen zu bedeuten hat, sagte der Nekromant. Du bist wahrlich kühn, dass du den Tempel des Mordigian betrittst. Ich kam hierher, um das Mädchen zu suchen, das dort drüben liegt, verkündete Phariom. Elaith ist ihr Name und sie ist meine Frau, die ungerechterweise vom Gott beansprucht wurde. Doch sagt mir, warum habt ihr sie vom Tisch des Mordigian in diesen Raum gebracht? Und was für Menschen seid ihr, dass ihr die Toten auferstehen lasst, wie ihr es bei jener anderen Frau getan habt? Ich bin der Nekromant Abnon-Tar, und diese beiden hier sind meine Schüler, Nargai und Vembazith. Bedank dich bei Vembazith, denn wahrlich hat er deine Frau aus dem Reich der Toten zurückgebracht, mit einer Kunstfertigkeit, die die seines Meisters übersteigt. Sie erwachte noch, ehe die Beschwörung vollendet war. Mit unvermindertem Argwohn blickte Phariom den Abnon-Tar böse an. Elaith war nicht tot, sondern befand sich in einem Dämmerschlaf, entgegnete er. Es war nicht die Zauberei eures Schülers, die sie erweckte, und ob Elaith nun tot ist oder lebt, geht wahrlich nur mich und sonst niemanden etwas an. Erlaubt uns, dass wir gehen, denn ich wünsche, sie fortzubringen aus Sul-Basair, dass wir nur zur Durchreise aufsuchten. Mit diesen Worten kehrte er den Totenbeschwörern den Rücken und ging zu Elaith, die ihn aus verschleierten Augen ansah, doch mit schwacher Stimme seinen Namen nannte, als er sie in die Arme schloss. Nun, das ist wirklich ein bemerkenswerter Glücksfall, schnurrte Abnon-Tar. Auch ich und meine Schüler beabsichtigen, Sul-Basair zu verlassen, und wir brechen noch heute Nacht auf. Vielleicht erweist ihr uns die Ehre eurer Gesellschaft. Ich danke euch, sagte Fariom kurz, aber ich weiß nicht, ob wir einen gemeinsamen Weg haben. Elaith und ich wollen nach Tazun. Ei, beim schwarzen Altar des Mordigian. Dieser Zufall ist noch sonderbarer, denn Tazun ist auch unser Reiseziel. Wir nehmen die wiederbelebte Maid-Arctella mit uns, denn ich erachte sie als zu schön, um sie dem Leichengott und seinen Gulen zu überlassen. Fariom erahnte die finstere Bosheit, die hinter den öligen, höhnischen Worten des Nekromanten lauerte. Auch bemerkte er das verstohlene und unheilverkündende Zeichen, das Abnon-Tar seinen Helfershelfern gab. Da er unbewaffnet war, konnte er dem sardonischen Vorschlag nur zustimmen. Wohl wusste er, dass er den Tempel nicht lebend verlassen sollte, denn die schmalen Augen des Nargai und des Vemba-Zith, die ihn stetig im Blick behielten, leuchteten vor schierer Mordlust. »Kommt«, sagte Abnon-Tar, und seine Stimme hatte einen erhabernen Befehlston angenommen. »Die Zeit zum Aufbruch ist gekommen.« Er wandte sich Arctellas regloser Gestalt zu und sprach ein unbekanntes Wort. Mit leerem Blick und nachtwandlerischem Gang folgte sie ihm auf dem Fuße, als er zur offenen Tür trat. Fariom hatte Elaith auf die Beine geholfen und flüsterte ihr beruhigende Worte zu, um das wachsende Grauen und die verwirrte Erregung zu mildern, die er in ihren Augen sah. Zwar konnte sie gehen, doch war ihr Schritt langsam und unsicher. Vemba-Zith und Nargai hielten sich zurück und bedeuteten Fariom, dass er und Elaith vorangehen sollten. Doch erahnte Fariom ihre Absicht, ihn zu erschlagen, sobald er ihnen den Rücken kehrte. Also gehorchte er nur widerwillig und sah sich verzweifelt nach einem Gegenstand, um den er als Waffe einsetzen konnte. Zu seinen Füßen stand eine der metallenen Pfannen, die mit glühenden Kohlen angefüllt war. Rasch bückte er sich, hob sie auf und drehte sich zu den Totenbeschwörern herum. Wie er es schon vermutet hatte, schlich Vemba-Zith mit erhobenem Schwert an ihn heran und wollte schon zuschlagen. Fariom schleuderte die Pfanne und ihren glosenden Inhalt dem Nekromanten ins Gesicht und mit einem furchtbaren, erstickten Schrei stürzte Vemba-Zith nieder. Nargai fauchte wütend und warf sich auf den wehrlosen Jüngling. Im grausigen Schein der Urnen leuchtete sein Krummsäbel in einem unheiligen Schimmer, als er zum Schlag ausholte. Doch die Waffe senkte sich nicht und Fariom, der sich schon gegen den nahenden Tod wappnete, bemerkte nun, dass Nargai an ihm vorbeistarrte, als habe der Anblick eines Medusengespenstes ihn versteinern lassen. Als Zwinge ein anderer Wille als der seine ihn dazu, wandte sich der Jüngling um und erblickte das Wesen, das Nargais Streich verhindert hatte. Aktella und Abnontadi vor der offenen Tür standen, zeichneten sich als Umrisse vor einem gewaltigen Schatten ab, der auf nichts in dem Zimmer zurückzuführen war. Er erfüllte den gesamten Türrahmen. Er erhob sich über die Schwelle und dann wurde er rasch mehr als nur bloßer Schatten. Er war eine Gestalt gewordene Finsternis, schwarz und undurchdringlich, die dennoch den Blick wie mit einer sonderlichen Strahlung blendete. Sie schien aus den roten Urnen die Flammen zu saugen und die Kammer mit einem Eishauch des starren Todes und der Nichtigkeit zu füllen. Ihre Gestalt war die einer wurmförmigen Säule, so groß wie ein Drache, dessen Schlingen immer noch aus der Düsternis des Korridors quollen, doch wandelte sie sich von einem Augenblick zum nächsten, waberte und wirbelte, als belebe sie die malenden Kräfte finsterer Äonen. Kurz nahm sie die Gestalt eines dämonischen Giganten mit augenlosem Kopf und gliederlosem Körper an und dann sprang und strömte sie wie rauchiges Feuer in die Kammer herein. Unter hervorsprudelnden Verwünschungen oder waren es Exorzismen wich Abnontar vor ihr zurück. Doch die bleiche, zerbrechliche und reglose Arkteller verharrte im Weg des Wesens, das sie umschlang und mit einem hungrigen Aufblitzen verhüllte, bis sie dem Blick zur Gänze entrückt ward. Fariom stützte Elaith, die sich schwach an seine Schulter lehnte, als ob sie jederzeit das Bewusstsein verlieren würde und vermochte sich nicht zu regen. Er vergaß den mordlüsternen Nargai und es schien ihm, als seien er und Elaith nur blasse Schatten in der Gegenwart des leibhaftigen Todes, der wahrhaftigen Vergängnis. Er sah, wie die Schwärze sich verdichtete und wie eine gut genährte Flamme wuchs, als sie sich um Arkteller schloss. Und er sah sie, wie das spektrale Abbild mit einer schwarzen Sonne unter wabernden düsternen Farben erbeben. Einen Augenblick lang konnte er ein leises und flammenähnliches Murmeln vernehmen. Dann floss das Wesen in einer raschen, grausigen Bewegung aus dem Raum. Arkteller war verschwunden, als hätte sie sich einer Luftspiegelung gleich aufgelöst. Mit einem plötzlichen Stoß aus seltsam gemengter Kälte und Hitze kam ein bitterer Gestank einher, wie er vom Scheiterhaufen einer Feuerbestattung aufsteigen würde. »Mordigian!« kreischte Nargai vor Schrecken außer sich. »Das war der Gott Mordigian! Er hat Arkteller zu sich genommen!« Und sein Schrei wurde scheinbar von einem Schock sardonischer Echos beantwortet, die so unmenschlich klangen wie das Geheul von Hyänen. Und dennoch waren sie zu verstehen, als sie den Namen Mordigian wiederholten. Aus dem dunklen Saal raste eine Horde Geschöpfe in das Zimmer, die Phariom nur noch an ihren violetten Roben als die Priester des Ghulgottes erkannte. Sie hatten die Schädelmasken abgelegt, und ihre Köpfe, ihre Gesichter waren zur Hälfte menschenähnlich, zur Hälfte hündisch und zur Gänze teuflisch. Auch hatten sie die fingerlosen Handschuhe ausgezogen. Wenigstens ein Dutzend war hereingekommen. Ihre Krallen schimmerten im blutgleichen Licht wie Fleischerhaken aus dunkelfleckigem Metall. Ihre spitzen Zähne, die länger noch waren als die Nägel an einem Sarg, stießen hinter knurrenden Läfzen hervor. Wie eine Horde Schakale kreisten sie Abnontar und Nargai ein und trieben sie in die hinterste Ecke des Raumes. Einige Nachzügler stürzten sich mit tierischer Wildheit auf Vembazith, der gerade wieder zu sich kam und sich stöhnend inmitten der verstreuten Kohlen aus der Pfanne auf dem Boden krümmte. Scheinbar achteten sie nicht auf Phariom oder Elaith, die wie in einem furchtbaren Dämmerbann gefangen die Gestalten anstarrten. Doch bevor sich der letzte von ihnen dem Angriff auf Vembazith anschloss, wandte er sich an das junge Paar und sprach sie an mit heiserer, dumpfer Stimme, die wie ein Bellen aus tiefer Gruft klang. Geht, denn Mordigian ist ein gerechter Gott, der nur die Toten für sich beansprucht und sich um die Lebenden nicht kümmert. Und wir, die Priester des Mordigian, verfahren auf unsere eigene Weise mit jenen, die sein Gesetz brechen, indem sie die Toten aus dem Tempel entfernen. Elaith lehnte sich immer noch an Pharioms Schulter und so schritt er mit ihr in den finsteren Saal und vernahm einen scheußlichen Lärm, in dem menschliche Schreie sich mit hyänengleichem Gelächter und schakalhaftem Knurren vermischten. Der Lärm erstarb, als sie die blau erleuchtete Sakristall betraten und zum Ausgangsflur schritten. Und das Schweigen, das nach ihnen Mordigians Heiligtum erfüllte, war so tief wie das Schweigen der Toten auf dem schwarzen Altartisch.